Willkommen zu Super Mario Maker mit Skylander Player Gamer. Heute zocken wir SGDQ Yoshi Vada von Panga. Hier die Level IT, hier unten eingeblendet. Und zocken wir jetzt mal. Schrägstrich Black Eye Mantis. Falls der Spruch niemals die Zuschauer gehört haben, ist es ja die Frage... Yoshi, jawoll. Checkpoint! 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 Ach! Gerade kurz verkackt. Aber ich bin wenigstens beim Checkpoint. ist es auch. Es ist auch wirklich schaffbar, wie ich euch jetzt zeigen werde. Ich schaffe es doch! Die... Ich hab Yoshi. Jo! Geschafft! Level geschafft! Es ist möglich. Ihr seht es. Und jetzt... Und die Aufnahme ist gerade eine Minute 54. Was machen? Ich geb ihn nur kurz vorhin einen Stern. So, ein bisschen werden wir das ausprobieren. Oh Gott, lädt es. Es lädt. So. Gebe ich mir noch einen Stern drauf. Hat zwar auch von mir einen Stern gekriegt. Au. Ich hab schon gerade die erste rote Münze und verkackt. Ich seh aber gerade auch schon den Checkpoint. Ja. Also. Der Dumbman, der wird auch gucken, ob was auch für ihn eingekommen ist, dann hier auf meinen Kanal und wird dann auch mit kommentieren. Und was war das? Sozusagen. Falls ihr ihn hört, Applaus dafür. Oh, da bringe ich jemanden zu lachen. Ich hab dich auf jeden Fall nah genug dran. Also man sollte dich hören. Also du musst später nochmal checken, wenn der Upload fertig ist von dem Video. Also nein, ich meinte jetzt auch noch von diesem Video. Also. Bei dem anderen Video habe ich dich ja auch anders gestellt gehabt. Jetzt bist du ja direkt bei Mikro. Wenn ich es mal so nennen darf. Solange die Aufnahme läuft, läuft sie. Verkackt. Wenn sie irgendwann abbrecht. Nicht schlimm. Ähm. Also. Hat sie die Level-IT gesehen? Schon wieder tot. Es war aber auch da auch wirklich Versuche. Muss mich einfach Skyliner Player Gamer nennen. Währends Video. Okay. Wird so meine Zuschauer wirklich verstehen können. Sonst wissen die, äh, ja. Nicht so genau, was geht ab. Ah. Nein. Nein. Ich wäre fast ein Stück weiter gekommen. Mann, Mario. Hast du das Springen verlernt? Nein. Schon wieder tot. Er weiß ich nicht. Tod. 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 Warum sterbe ich immer bei dem Panzer? Ha, 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 ha. Ich hab doch schon mal ein paar Schelljumps geschafft. Aber, äh, äh, manchmal trifft man eben nicht. Wow. Und außerdem geht die Platte runter. Und, äh, wenn der Sprung nicht hoch genug ist, verkackt. Ich hab jetzt gerade erst mal wieder die erste Rote. Äh, äh, schon wieder. Hat er, sagt es ja sogar schon. Äh, äh, in die Kamerarichtung. Die muss ich jetzt eben kurz nochmal schnell ein bisschen optimieren. Okay. Und tot. Nein. Nein. Ich springe an den Stachel. Wie denn das? Okay. Jetzt bin ich zu spät. Ob ich beim Ende bin, ist die Frage. Nein. Tod. Ich komm nicht weiter. Irgendwie. Jetzt mir... Komplex, aber scharfbar, wie ihr gehört habt. Von Dump, man. Sozusagen. Ein Stern hat's ja schon von mir bekommen. Von wann weiß ich. Acht Minuten 29. Wenn er überhaupt ein Bombenlevel hat. Ich muss ihn mal kurz suchen. Karl. Äh, hier ist Kaizo College Falkenlunch. Kaizo College. Ich muss grad suchen. Kaizo College. Sportsholder. Kaizo College. Kaizo College. Della Student. Karl. Sollte sagen. Karl. Sollte sagen. Kaizo College. A, D, A, G, D, Q. A, G, D, Q. Echt? Kaizo College. Mit schon extern. Ach, dann hab ich das wohl jetzt grad eben übersprungen. Und jetzt hab ich's, denke ich, schon wieder übersprungen. No hope. Kaizo Puzzle. Insane. Kaizo Puzzle. Stella Student. Ah, ja. Bombing the Quiz. Ja, sozusagen. Warte mal kurz so. Muss man eben kurz meine Linse perfekt stellen. Ich muss mal eben kurz zur Tür. Tod. Tod. Den Sprung hab ich jetzt grad kurz verkackt. Jawoll. Checkpoint. Mist. Ich wollte. großbleiben. Nein. Ich wär fast in der Röhre. Die Bombe ist grad eben so schnell explodiert. Ich noch nicht. Nein. Ich bin da vollständig in die Kreissäge geratscht. Bam. Pam. Pam. Jawoll. Durch die Röhre. Zweiter Checkpoint. Moment. Achso. Achso, das ist, äh, achso, das mit dem Sprung. Der hat jetzt mal verkackt ist. Nein. 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 Ich hab's schon wieder verkackt. Nein. Ich hab die Bombe nicht rechtzeitig erwischt. Ich hab aber auf jeden Fall alle, die ich sammeln kann. Ich brauch auf jeden Fall noch drei. Nein. Ich hab den Sprung zwar jetzt geschafft, hab aber die rote Münze nicht. Ich hab die rote Münze nicht. Ich hab die rote Münze nicht. Das geht doch nicht. Ich muss es nochmal machen. Ich gleich. Hoffentlich. Wenn ich nicht wieder in den Manscher gerate. Bombe explodierte. In mir. Warum bin ich wieder... Warum, Mario, möchtest du den nicht aufnehmen? Er hat sich von seinem Spin Jump gelöst. Wat? Ich bin zu früh auf die Bombe geklatscht. Warum schubst ich die immer? Die nimmt gerade noch kurz auf. Bombe ist zu früh explodiert. Oh. Ich hab versehentlich die Bombe getötet. Aber im Moment schaffe ich diesen Sprung. Aber ich krieg die Bombe nicht gepackt. Also, äh... Ich hab jetzt nur ne... Ne falsche Münze jetzt eben aufgesammelt. Und bin's tot. Ich bin an die Bombe gekommen. Ich bin an die Bombe gekommen. Wat? Bombe. Du hättest noch ein Millisekündchen durchhalten können. Dann hätte ich es. Sozusagen. Und jetzt hab ich wieder die Münze nicht.